Stich, 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 warte! Stich, 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 stich! Stich, 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 stich! Stich, 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 stich! Stich, 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 stich! Stich, stich, stich! Stich, stich, stich! Stich, stich! Stich, stich, stich! Stich, stich, stich! Daniel, Daniel! Daniel, Daniel, Daniel! Daniel, 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 Daniel! Daniel, 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 Daniel! Daniel, 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 Daniel Auf geht's zur zweiten Halbzeit hier im Sportpark. F.C. Speyer 9 gegen F.C. Aminia Ludwigshafen. H.C. Anstattung der Kastrichter, Freude und V.C. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 In der 69. Minute wechselt Ralf Kimi erneut aus. Für unseren neuen Steffen Kornickel, nun mit der 10 Milot Berischal. 70. Spielminute, neuer Spielstand hier im Sportpark, FC Sprechner 9 gegen FC Amine Ludwigshafen, 0 zu. 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 Janik, ey, ey, Janik, schnell nach uns ab! Komm, setz, setz! Komm, setz, setz! Komm, setz, setz! Komm, setz! Komm, setz! Komm, setz, 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 setz! Komm, setz! Komm, setz, setz! Komm, setz! Komm, setz! Komm, setz! Komm, setz, 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 setz! Komm, setz! Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. 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 Ja, ja.